Seit dem Release unseres Debütalbums sind wir, die Könige und Priester, gemeinsam mit euch auf einer spannenden Reise. In den letzten zwei Jahren durften wir als Band in kleinen wie auch großen Konzerthallen spielen und viele Magic Moments mit euch teilen. Momente wie diese werden wir nie vergessen. Im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass der Name Könige und Priester für uns mehr ist als nur ein Bandname. Dieser Name trägt unsere ganz persönliche DNA. Wer uns als Könige und Priester live erlebt hat, der weiß, dass es uns wichtig ist, konfessionsübergreifend in Liebe, Respekt und Einheit zusammenzukommen, um Jesus zu feiern. Wir träumen davon, dass auf deutschen Straßen der Verkehr zusammenbricht, weil Menschen in die Kirche strömen. Unsere Vision ist es, ein zu sein, damit eine junge Generation Jesus kennenlernt. Und wir glauben, dass genau das einer der wichtigsten Schlüsse unserer Zeit ist. Dieser Traum treibt uns an, neue Songs zu schreiben. Es sind unglaublich starke Songs entstanden, deren Veröffentlichungen wir kaum erwarten können. Jetzt müssen wir nur noch ins Studio und genau dafür brauchen wir deine Unterstützung. Damit wir unabhängig von Plattenfirmen sind, uns treu bleiben und wir das zweite Album erneut zu einem gemeinsamen Projekt mit dir machen können, haben wir uns für ein Crowdfunding entschieden. Denn Produktionskosten und GEMA-Gebühren und so weiter in Höhe von 20.000 Euro bleiben uns auch diesmal nicht erspart. Für deine Unterstützung haben wir uns einzigartige Dankeschöns ausgesucht. Unser Ziel ist es, dass die CD vor der offiziell geplanten Veröffentlichung in euren Briefkästen liegt und mit der großen CD-Release-Party am 10.06. im Kölner E-Werk in allen Verkaufsläden erhältlich ist. Wir freuen uns sehr über deine Unterstützung. Vielen Dank!